Nummer 12. Shopping. Wie geht's dir? Gut, danke. Wir gehen heute schwimmen. Wie schön! Kurt kommt mit dem Auto. Ach, wie schade. Wir sind nicht allein. Nein, Brigitte kommt auch mit. Wir sind vier. Wir machen ein Picknick. Aha. Zuerst müssen wir noch einkaufen. Heute ist Markt. Tag, Susi. Tag, Brigitte. Herrliches Wetter, nicht? Wir gehen einkaufen. Kommen Sie mit, Brigitte? Nein, ich warte lieber auf Kurt. Also, bis dann. Bis dann. Hast du eine Tasche? Ach, natürlich. Eine Tasche. Warten Sie, Peter. Ich hätte gerne ein paar Äpfel, ein paar Orangen und Sonnenöl. Äpfel, Orangen, Sonnenöl. Guten Appetit. Haben Sie Milch? Nein, leider nicht. Sonst noch etwas? Nein, ich glaube, das ist alles. Danke. Ein Pfund Butter, drei Mark neunzig. Ein Pfund Margarine, eine Mark fünfzig. Ach, ich hätte gern noch Käse. Was für Käse denn? Ja, ich hätte gern den da. Und wie viel bitte? Ein halbes Pfund bitte. Wie viel kostet es? Es kostet, äh, zwei Mark dreißig. Ja, gut. Ich nehme es. Sonst noch etwas, meine Dame? Haben Sie Eier? Eier? Ja, natürlich haben wir Eier. Klasse A, Klasse B, Klasse C. Wie viel kosten die großen Eier? Die großen Eier? 28 Pfennig das Stück. Und die hier? Die Eier kosten 23 Pfennig das Stück. Ja, die nehme ich. Die zu 23 bitte. Wie viel Eier? Äh, sechs bitte. Sechs Eier. Ist das genug? Nein, ich hätte gern noch sechs Eier bitte. Und dann hätte ich gern ein Joghurt. Haben Sie Joghurt? Haben Sie es eilig? Ja, wir haben es eilig. Ich bin ja schon fertig. Also, noch ein Joghurt. Joghurt, 45 Pfennig. Was macht das zusammen? Einen Moment bitte. Joghurt, Peter. Joghurt magst du doch gern, Liebling. Das macht zusammen 9 Mark 71. Ach, das Leben ist so teuer. Teuer, meine Dame. Sie meinen billig. Auf Wiedersehen. Ach, Brot. Peter, gehen wir. Aber ich bin ja schon fertig, Fräulein. Ich hätte gern ein Brot, bitte. Was für Brot, meine Dame? Weißbrot? Weiß Brot. Schwarzbrot, bitte. Oder Weißbrot. Ich bitte dich, gehen wir. Also, ein Schwarzbrot, bitte. Ach ja, und dann hätte ich gern noch... So. Bitte sehr. Ich hätte gern... Einen Moment, Susi. Hier ist die Liste. Ein halbes Pfund Butter, bitte. Welche Marke? Ich hätte gern die da. Ein halbes Pfund. Sonst noch etwas, bitte. Ein halbes Pfund ist nicht genug. Für das Picknick heute und für morgen und ein Pfund. Ein Pfund Butter, bitte. Und dann noch Schinken, bitte. Den... den magst du doch gern, nicht? Heute nicht. Möchtest du gern Schinken? Nein, danke. Sonst noch etwas, bitte. Wurst. Wurst. Welche Sorte hätten Sie gern? Haben Sie Leberwurst? Bitte, meine Dame, warten Sie einen Moment. Leberwurst, mein Herr, wie viel hätten Sie denn gern? 200 Gramm. Wie viel kostet das? 2 Mark 70. Ach nein, das ist zu teuer. Das ist nicht zu teuer. 200 Gramm, bitte. Bitte nicht alles anfassen. Darf es sonst noch etwas sein? Ich hätte gern acht Brötchen, bitte. Ja, 80 bin ich. Sonst noch etwas? Noch was? Was meinst du, Susi? Ich weiß nicht. Du hast ja die Liste. Das ist alles. Danke. Was macht das zusammen? Das macht zusammen... Wir müssen noch Sonnenöl und Äpfel kaufen. Ja, Obst für Brigitte und Öl für Brigitte. Das macht zusammen genau 7 Mark 40. Komm. Brigitte wartet. Wissen Sie was? Ich kaufe noch Schinken. Sehr vernünftig. Nicht wahr? Ja. Guten Tag. Haben Sie Eier? Wie viel kosten die Eier? Ich hätte gern sechs Eier. Ich hätte gern einen Liter Milch. Ich hätte gern einen Pfund Äpfel. Ich hätte auch noch gern Käse. Wie viel kostet der Käse? Was macht das zusammen? Was macht das zusammen? Vielen Dank.